Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Bypass-Positionssensor des Ladeluftkühlers A Schaltkreisbereich Leistung. Was bedeutet das? Dieser generische Fehlercode für die Diagnose des Antriebsstrangs DTC gilt normalerweise für alle OBDI-Fahrzeuge, die mit einem Ladeluftkühler ausgestattet sind. Dies kann Fahrzeuge von Ford, Chevy, Mazda, Toyota und so weiter umfassen, ist aber nicht darauf beschränkt, in Systemen mit Zwangsansaugung verwenden Sie einen Ladeluftkühler oder einen Ladeluftkühler IC, um die vom Motor verwendete Ladeluft zu kühlen. Diese arbeiten ähnlich wie ein Kühler, im Fall des IC kühlt er anstelle von Frostschutzmittelluft, um ein effizienteres Luft-Kraftstoff-Gemisch, eine bessere Kraftstoffleistung, eine bessere Leistung und so weiter zu erzielen. Der IC ist Teil der Ladedruckseite des Induktionssystems, das Bypassventil wird wie der Name schon sagt verwendet, damit die Luft den Ladeluftkühler umgeht, um in die Atmosphäre abgelassen und oder recycelt zu werden. Das elektronische Steuermodul ECM verwendet es, um das Ventil an die aktuellen Motorbedingungen und Anforderungen anzupassen. Das ECM überwacht auch die physische Position des Ventils mit Hilfe eines Bypass-Positionssensors für Ladeluftkühler. Das ECM beleuchtet die Kontrollleuchte des Motors mit P024D und den zugehörigen Codes, wenn es einen Zustand außerhalb eines bestimmten Bereichs innerhalb des Bypass-Steuerkreises des IC und oder innerhalb der beteiligten Sensoren überwacht. Dieser Code kann durch einen mechanischen und oder elektrischen Fehler verursacht werden. Wenn ich hier raten müsste, würde ich mich zu mechanischen Problemen neigen, die eher das Problem sind. Davon abgesehen sind beide möglich. P024D Bypass-Positionssensor für Ladeluftkühler Ein Schaltkreisbereichs-Leistungscode wird festgelegt, wenn innerhalb des Positionssensors oder seines Schaltkreises ein Zustand außerhalb des Betriebsbereichs vorliegt. Was ist der Schweregrad dieses DTC? Der Schweregrad wäre in diesem Fall moderat. Sie möchten dieses Problem nicht unbeaufsichtigt lassen. Da es sich ziemlich schnell zu etwas viel Ernsthafterem entwickeln könnte, denken Sie daran, dass Probleme mit der Zeit nicht besser werden, wenn sie nicht behoben werden. Motorschäden sind fast jedes Mal teuer. Wenn Sie Ihre Fähigkeiten erschöpft haben, bringen Sie das Fahrzeug zu einer seriösen Reparaturwerkstatt. Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P024D-Motorkodes können gehören. Schlechte Motorleistung Fahrzeug wechselt in den Notlaufmodus Motorzündung Schlechte Kraftstoffleistung Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Ursachen für diesen Code können sein. Offenes geschlossenes Bypassventil Behinderung des Bewegungsbereichs des Bypassventils Ladeluft Kühler Bypass Positionssensor Defekt Kabelbaum Defekt oder Beschädigt Sicherung Relais Defekt ECM Problem Pin Stecker Problem ZB Korrosion Kaputte Verriegelungslasche und so weiter. Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P024D? Achten Sie darauf, dass Sie für Ihr Fahrzeug nach technischen Service-Buildtanks TSBs suchen. Durch den Zugriff auf ein bekanntes Update können Sie bei der Diagnose Zeit und Geld sparen. Grundlegender Schritt 1 suchen Sie das Bypasssteuerventil Ihres Ladeluftkühlers, indem Sie den Ladeleitungen zu Ihrem Ladeluftkühler IC folgen. Diese können direkt an der Ladeleitung montiert werden, abhängig von Ihrer Marke und Ihrem Modell befindet sich Ihr IC möglicherweise unter vielen anderen möglichen Stellen in der vorderen Stoßstange, in den vorderen Kotflügeln oder möglicherweise direkt unter der Motorhaube. Sobald das Ventil lokalisiert ist, prüfen Sie es auf offensichtliche physische Schäden. Hinweis, stellen Sie sicher, dass der Motor ausgeschaltet ist. Grundlegender Schritt 2 Es kann ziemlich einfach sein, das Ventil vollständig aus dem Fahrzeug zu entfernen, um seine Funktionalität zu überprüfen, besonders zu empfehlen, wenn der Code P024B aktiv ist. Nach dem Entfernen auf Hindernisse im Bewegungsbereich des Ventils prüfen, reinigen Sie das Ventil nach Möglichkeit vor dem erneuten Einbau. Hinweis, lesen Sie immer zuerst das Service-Handbuch, da dies für Ihr Fahrzeug möglicherweise nicht möglich oder empfohlen ist. Grundtipp Nummer 3 Der Kabelbaum für das Bypass-Ventil kann durch Bereiche geführt werden, die den Elementen ausgesetzt sind. Diese Bereiche sollten genau auf Kerben, Schnitte, Anzeichen von Korrosion Usw.in den Drähten des Stromkreises untersucht werden. Hinweis, stellen Sie sicher, dass die Batterie abgeklemmt ist, bevor Sie elektrische Reparaturen durchführen. Grundlegender Schritt 4 Abhängig von Ihrem Diagnosetester können Sie möglicherweise die Funktionalität des Ventils überprüfen, indem Sie es steuern und seinen Bewegungsbereich beobachten. Wenn zugänglich, können Sie ein Ende des Ventils abklemmen, um die beweglichen Teile zu sehen. Öffnen Sie das Ventil mit Ihrem Diagnosetester vollständig und schließen Sie es, während Sie den mechanischen Betrieb des Ventils selbst beobachten. Wenn Sie bemerken, dass das Ventil klebt und nichts es behindert, ist das Ventil höchst wahrscheinlich defekt. In diesem Fall können Sie versuchen, es zu ersetzen. Stellen Sie sicher, dass der Hersteller in diesem Fall auch ein neues Ventil empfiehlt. Siehe Handbuch. Der Bypass-Steuersensor des Ladekühlers befindet sich normalerweise am Ventil selbst in Linie mit der Tür des Ventils. Um die Position effektiv zu überwachen, es ist von großer Bedeutung, sicherzustellen, dass die Tür während Ihres gesamten Bewegungsbereichs frei von Hindernissen ist. Grundlegender Schritt Nummer 5 Sie sollten elektrische Probleme im Kabelbaum ausschließen. Dazu müssen Sie es möglicherweise am Ventil und am ECM trennen. Überprüfen Sie mit Ihrem Multimeter die Integrität des Stromkreises, indem Sie zahlreiche grundlegende elektrische Tests durchführen. Zum Beispiel Durchgang. Wenn alles überprüft wird, können einige Eingangstests durchgeführt werden, bei denen der Stecker am Ventil getestet wird, um die ECM-Funktionalität mit dem Ventil zu überprüfen.